hallo freunde und herzlich willkommen zurück so metaphobia ich freue mich dass ihr wieder mit dabei seid wir sind in dieser station oder diesen raumschiff ich bin mir noch nicht sicher was es ist haben diesen wie heißt da winkelstein gefunden und wollen hier weitergehen jetzt bin ich einmal eine sache können wir den frei machen freischalt von dem ding ja okay das ist also nicht einfach so ein teil dass wir durchschneiden können jetzt gedacht ist ja vielleicht einfach so ein jeder dinge oder so dass wir durchschneiden können aber das geht anscheinend nicht na gut schauen wir uns mal die tür an was anderes bleibt uns eher eh nicht übrig glaube ich dachte ich mir okay was mir da ist es hat es mit dem hier zu tun yes now i should be able to push the buttons in the right order wusste ich's doch das heißt wir haben dieses teil hier einen strich oben jetzt muss mal schauen das teil hier ist es ein strich unten und dann ja genau ich hätte gesagt ein strich unten dann dieses teil wo da hoch geht dann das c und dieser punkt in der mitte genau jetzt haben wir hier war so ein teil wo nach oben geht nee halt genau das geht nicht so das ist dann so ein teil hier das muss das hier sein und dann wieder neben sie ist es diesmal nicht aber das ist wahrscheinlich so ein strich und dann ein c ja dieser strich und dann so ein c und dann geht es so nach unten strich ich habe es richtig verstanden wie es funktioniert finde ich ja klasse dass es auch auf einem hin geklappt hat hätte ich es fast so nicht gedacht ja dann gehen wir mal weiter finden heraus ob das ein raumschiff oder eine station ist ich würde sagen wir fragen gleich mal nach patricia und schule judy es ist glaube ich jetzt wichtiger ja tμ und schule schon auf das ein paar die 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 der Ganz schön selbstgerecht, ja. Und total unsympathisch, ja. Äh, jetzt fragen wir mal nach Professor Cornelius. Was Blake? Why did you kill Blake? He was on the verge of exposing our existence. We couldn't let that happen. There are thousands of people trying to prove you exist. Why him? True. Your society dismisses those people as... lunatics obsessed with horror stories. Conspiracy theorists, you call them. Blake was different. He had a scientific explanation. He was about to show the world how we communicate on telepathic frequencies. You're talking about his metaphobia theory. Precisely. He'd even built a prototype mind reader. He was a brilliant and talented man. And that's dangerous to you. Of course it is. Anything that interferes with our plans is dangerous. This may be too complex for you to understand. But the world exists in a delicate balance. Anything that threatens to throw off that balance must be stopped. You disgust me. Why haven't you killed me yet? Am I not dangerous to you? We take no pleasure in killing. Is that how you think of us? As cold-blooded murderers? Killing a human is not so simple. There's much that goes into it. We must be careful to remain hidden. We mustn't draw attention to ourselves. There are other ways to deal with worms and killing them. As a matter of fact, we always prefer preservation to extermination. What are you talking about? I must admit your courage is admirable. I'm not afraid of you. Okay. Then why did you kill my father? He was dangerous. You are not. He only wanted to help the people of this city. He wished to disturb the balance. He sought to destruct our plans. Your plans to take over our planet? This planet is already ours. We have ruled it for thousands of years. We're not trying to take over this world. It already belongs to us. And always has. Ancient civilizations once worshiped you. But now, no one even knows you exist. You're not as powerful as you once were, are you? You humans once feared your gods. Now you tell fairy tales of prophets who will return and redeem you. You preach of a merciful and benevolent god who lives in the clouds. It's a joke. You have no respect for real gods. Gods with true power. And so we must operate in the shadows for now. We must remain invisible. Until the time is right. You are nothing but cowards. Afraid to show yourselves. Okay, then we have himself. Who are you? Where did you come from? My name cannot be spoken in human tongue. Nor can it be heard through your ears. You look human to me. I take any form I choose. I am the ruler of this region. A master of my kind. You will obey me. I obey no one. Do what you like to me. There are people who can stop you. People who can put an end to this madness. Like your friend who helped you get here. The man who gave you his boat. How do you know that? Please do not insult us, Richard. We see everything. Your friend didn't help much, did he? He tried. I don't blame him. He was fighting for the greater good. Like myself. He knew quite a lot for an average human, didn't he? I know a lot too. Once I started digging, it wasn't hard to learn about you and your people. Whoever and whatever you are. Yes. Walking down the path is simple once it's been laid before you. What is that supposed to mean? You're standing in an ancient temple kept secret by the gatekeepers to the underworld. The rulers of this earth. And you believe you found it yourself? You... You... You must think you're very clever. No. This can't be true. It is true, my vermin pet. This has been your plan all along? The man I met? The man who gave me the boat? Ah, finally your senses are working again. He works with you? No. He works for me. He's my slave. He does everything I ask of him. Including killing old politicians. So he was the one who... Who killed your father? Yes. That son of a bitch. If only I knew. He was once like you, Richard. We molded him. We perfected him. We've shaped his mind into something quite valuable. So he's a human? He isn't like you? He was human. We made some... Changes to his DNA. In order to fit our needs. You had him kill my father in order to lure me here? You flatter yourself. You are only one piece in the grand design. We needed to exterminate your father and his ideas. Though, I am pleased to say this brought you to us. Why didn't you just kidnap me? Why go through all the trouble? This has been a trial, Richard. And you have been performing beautifully so far. Though, in these final moments... I must say you are disappointing me. A trial? The mind is no ordinary human mind. It operates on a higher frequency. You see? I know you feel this. You could be such a powerful tool, Richard. A tool for what? For all that I command you to do. Be still, Richard. You won't feel any pain. Okay. Ich hab irgendwie das Gefühl, das Spiel ist bald zu Ende. Und es endet nicht besonders gut. Hab ich jedenfalls so das Gefühl. Wart mal's mal ab. So what now? You plan to gut me and leave me for dead in this forsaken hole? Oh, how many times must I tell you that we do not wish to harm you? Then what are you going to do? We are going to give you purpose. Your time has come. You are finally ready to face your fate. I won't help you. You'll have to kill me. Gefelskvallstarr Nivkalsk! Good lord! What are you? Now, worm. You shall finish what your father refused to complete. Kaisnost istan! Relax your mind. Accept the inevitable. No. What are you doing? Stop! Tronsk! Sundovar! Volkagnis! Orisna! Das sieht gar nicht gut aus. Nee, überhaupt nicht. Ich sag ja, das Spiel endet bestimmt nicht gut. Aha. Er hat eins zu diesen, ähm, Reptilien gemacht anscheinend. Einen Monat später! Der Moment ist endlich gekommen. Mein Moment. Ich werde das mein Vater nie geschafft haben. Ich werde diese Stadt transformieren. Ich werde das Welt transformieren. Nur ein Mensch würde die Macht gegeben haben. Der Welt ist regiert durch Chaos und Anarchie. Es braucht Ordnung. Der Moment. Nur ein paar! Auf, das verstehe. Nichts! Es sind schaden. Die, nachfragen. Einbrotter. Er ist schaden. Verankt. Wennt. Wie? Wennt. Eine! Die, nachfragen. Die, nachfragen. Die, nachfragen. Die, nachfragen. Die, nachfragen. Das gering ist jetzt. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich bin unterrichter. Mein Gehirn hat sich geblieben, gegründet, gegründet. Ich folge die Straße, die mir vor mir gelegt wurde, seit Jahren. Großartig ist mir am Ende meiner Reise. Ich bringe uns alle in die Lichter der Gläubige Dawn. Dieses Gebäude ist jetzt mein Throne. Its Arbeitser sind meine Servanten. Dies ist mein Bestand. Dies ist meine Stadt. Das Spiel hat sich übel ändert. So, vom Spiel selber kann ich nur sagen, es hat mir extrem gut gefallen. Die Rätsel waren jetzt nicht sonderlich schwer, aber das ist ja in Ordnung. Bis auf die zwei Mal, wo ich hängen geblieben bin. Einmal, weil ich nicht richtig rausgekriegt habe, dass der einfach nur wegschauen musste. Und einmal, weil ich einfach zu blöd war, das richtige Symbol zu sehen. Das letzte war ja wirklich nur Blödheit von mir. Aber doch gefällt mir echt. Gutes Spiel. Es war echt schön. Die Story war echt in Ordnung. Rätsel, wie gesagt, waren leicht, aber waren in Ordnung. Hat sich sehr flüssig gespielt. Animationen waren toll. Die Sprecher waren klasse, fand ich. Für so ein Free-to-Play-Spiel eigentlich. Also wirklich, wo man sich umsonst runterladen kann. Und Indie-Spiel ist es wirklich ein guter Sprecher gewesen. Sie haben echt gute Arbeit geleistet. Also ja, doch. Gefällt mir echt gut. Ach, das Ende. Ei, 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 ei. Ich frage mich, ob es jetzt geplant ist, da vielleicht noch eine Fortsetzung zu machen, wie es da weitergeht. Oder ob das jetzt tatsächlich dann so aufhört und auch so, naja, bleibt eigentlich, wie es ist. Das würde mich sehr interessieren. Da bleibe ich mal am Ball. Vielleicht kriege ich ja was raus. Ja, ansonsten bleibt noch was zu sagen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß am Let's Play gehabt. Am Spiel habe ich selber sehr viel Spaß gehabt. Wo es zum Downloaden geht, habe ich ja unten in die Kommentare reingeschrieben, äh nicht in die Kommentare, in die Beschreibung reingeschrieben gehabt. Da kann man denke ich auch sehen, ob die Entwickler neue Spiele machen. Also es würde mich jedenfalls freuen, wenn von denen noch mehr kommen würde. Und da werde ich auch immer mal schauen, was es was Neues gibt. Und ja, ansonsten bleibt noch zu sagen, vielen Dank fürs mitanschauen. Und macht's gut und wir sehen uns in neuen Let's Play wieder. Bis dahin. Tschüss. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020